Am Wochenende lud Valentina Doronina Mike Kees nach Essen ein. Was planen die beiden Reality-Stars? Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere, schrieb Valentina Doronina am Wochenende zu einem Reel auf Instagram. Viele ihrer FollowerInnen vermuteten, dass sie damit die Trennung von ihrem Verlobten Ken Kaplan öffentlich machen wollte, umso mehr, da Kaplan sein Instagram-Profil löschte. Trennung bei Ken Kaplan und Valentina Doronina? Die Seite Promi Wood will exklusiv erfahren haben, dass sich das »Sommerhaus der Stars« Paar nach einem heftigen Streit wegen unüberbrückbarer Differenzen trennte. Parallel dazu forderte Mike Kees seine Fans auf Instagram dazu auf, ihm Fragen zu stellen. Wie er wenig später mit einem Screenshot bewies, antwortete ausgerechnet Doronina. Allerdings nicht mit einer Frage, sondern ebenfalls mit einer Aufforderung, ab nach Essen. Dass sich die beiden gut verstehen, ist bereits länger bekannt. Als Doronina und Kaplan wegen ihres Verhaltens im »Sommerhaus der Stars« in der Kritik standen, ergriff Kees' Partei für die beiden. Doronina ließ ihrerseits Kees' Teilnahme an »Kampf der Reality Stars« 2022 nicht unkommentiert. Mike hatte den geilsten Auftritt seit drei Staffeln. Die Gesichtsausdrücke der anderen waren legendär. Mike Kees und Valentina Doronina Gründen sie eine WG? Seither scheint der Kontakt nicht abgerissen zu sein. Also WG gründen? antwortete Kees Doronina. Eine bewusste Provokation gegenüber Kaplan? Schließlich leben er und Doronina zusammen. Viel Gesprächsstoff hätten die beiden auf jeden Fall. Nur wenige Reality Stars in Deutschland polarisieren permanent so viel wie Kees und Doronina. Aktuell ist Kees im Streaming-Format, prominent, getrennt, zu sehen. Schlagzeilen macht er allerdings eher abseits des TVs. Kürzlich zeigte ihn seine noch Ehefrau Michelle Moonbollen aus Angst bei der Polizei an. Inzwischen hat er Gegenanzeige erstattet. Fame Fighting, 2024 Mike Kees tritt an. Außerdem hat die Promi-Box-Veranstaltung gerade offiziell bestätigt, dass Kees beim Challenger-Turnier im Mai antreten wird. Mehr dazu lest ihr hier.